in diesem schönen lager hinter mir liebe freunde befindet sich der sogenannte schocker anscheinend ja und wir haben hier letztes mal aufgehört liebe freunde bei unserem guten alten spidey hier und freut mich dass ihr wie immer eingeschaltet habt wir sind übrigens von da hinten da hinten was ihr da sehen könnt sind wir hier rüber sozusagen und hier nochmal persönlich natürlich an euch es wird richtig geil und spannend und das schauen wir uns mal jetzt näher an der muss hier sein was hat er nur vor jetzt bin ich gespannt auch nicht mehr so frisch aus hier ohne irgendein spaß ich sehe es jetzt schon was ist hier kann man nicht durch ach da wartet sie sogar jetzt geht es los na endlich ihr mämmen ich muss jedem penner gesagt haben wo man mich finden kann eine falle nimmst nicht so schwer kett schocker ist gerissen moment ich meinte jemand anderem okay jetzt wird's schmerzhaft ich hasse es wenn er das sagt alles klar da wollen wir mal spidey beschäftige ihn ich versuche inzwischen diesen schild irgendwie aufzuschalten was soll ich machen okay ich hab's aber scheinbar ist ja noch eine zweite schalltafel die wir gleichzeitig betätigen müssen wo soll die denn sein da musst du erst ich warte spidey der schild geht nicht von alleine runter wartet mal ich glaube ich ist hoch ne ja warte ich gehe ich mache ich helse vor der kett schild hier glaube ich hier oder hier hier drüben ich hatte recht guck's dir an der schild fährt runter jetzt erteilen wir schocker eine lektion was meinst du spidey das ist es vorsicht cat er ist immer noch gefährlich dich hole ich mir kollega immer noch so subtil wie ein entgleistert schnell rüber so der wird doch safe ach der rennt immer noch rum ich werde dich pulverisieren schnell rüber ja nun ich war jung uiuiui ja und ich warte hier ich warte hier das muss klappen hier oben passiert nichts was macht sie ok sie geht hier rüber zu mir ne gegenüber ok ja gut kommen wir hier rüber zum anderen terminal und wir können ausschalten habe ich habe ich ok wir können ihn wir können angreifen uiuiui der ist krass der typ schocker ist ein öder name wie wärs denn wenn du und rüber und noch mal rein du kannst ja im lausen runter leben kollege du verlierst doch jedes mal ne plombe wenn du ballerst und wieder rüber bleib dran spidey ich versuche mich in den schild zu hacken oh wir haben er hat uns richtig übergetroffen so wir bleiben und warten mal hier am besten sehr sehr gut sehr sehr gut ach ich soll gegenüber wahrscheinlich rüber ne also gegenüber dann bleib ich mal hier wow ey wär ich unten ne der hätte uns richtig getroffen kollege sag mal hallo ouch und nochmal rüber kollege kollege oioioioioioioi das ist richtig krass jetzt der hat nicht mehr viel Leute gull ich rüber ach dést dauert die ist ja immer noch unten ... das macht der ah der pusht mich weg irgendwie krass so wann macht er wieder seine 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 deckung macht er keine deckung scheint als wärst du aus der spur geraten krass der typ ist echt übel und er macht immer noch nicht seine okay der macht immer noch nicht seine und noch mal rüber so hat er jetzt immer noch nicht gemacht ich glaube wir haben jetzt leute noch nicht in den knast war es so schön für dich wie für mich ich muss zugeben du hattest recht ich fühle mich besser siehst du ich hab's dir gesagt halte ich an mich und alles wird gut wenn es dir wieder schlecht geht schau vorbei okay bis bald sie ist faszinierend findest du nicht schock meine karriere hat einen neuen tiefpunkt erreicht wen soll das schon interessieren das war richtig oder freunde wir haben sie ihm gezeigt wo wir haben alle meine probleme mit solchen auftritten gelöst werden könnten krass neue auszeichnung super schocker sie das im pausen menu an brennende brücken brennende brücken schöner ort übrigens oder freunde mary jane vielleicht schaffe ich heute zu ihrem stück ein bisschen noch gucken und eigentlich noch gucken ja toll aber wir schaffen es nicht fünf minuten leute fünf minuten das gehört auch zur mission hier toll toll na toll ja wir beeilen uns wir beeilen uns ach du kacke heftig 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 wie weit wir schwingen müssen oder freunde ach guck mal wie viel wir haben noch drei minuten oder so freunde wir haben es trotzdem geschafft so halb irgendwie bitteschön nicht zu fassen ich habe schon wieder verpasst gute nacht jungs bis morgen hey puppe geld her haut bloß ab das ist unser job hi lass mal mary jane in ruhe easy alles klar ja gutes timing was machst du hier du kennst mich ich hänge überall rum ich heirate falls du das noch nicht wusstest oh wirklich wie ist er denn er ist da er liebt mich und ist für mich da verstehe ich ich muss zurück auf meine patrouille bis bald ja wenn mich wieder ein paar schurken anspringen wollen abgemacht hat es geklappt warum kann ich mj nicht die wahrheit sagen ich kann nicht glauben dass sie heiratet und ich nur am rand stehe und ihr zuwinke bin ich heute abend mit cat verabredet ich glaube ich sollte los ey wie viele also jetzt geht es los wie viel haben wir denn hier zu tun in dieser app in dieser app sag ich in dieser app hier geiler versprecher melek äh ja irgendwie haben wir ganz schön viel im moment zu erledigen anscheinend keine ahnung was das sein soll okay dann gehen wir zu cat zu cat woman ne cat black cat ah guck mal ach wir müssen nach oben sogar nice ja machen wir hier komm einmal rüber hier hier drüben ist das oben da wartet sie auf uns da oben los geht's ich bin mal gespannt hey wo warst du so lang zu spät kommen ist wohl mein markenzeichen du arbeitest zu viel hey lass das normale leben hinter dir dieses hier hat viel mehr zu bieten sie mich an wenn ich will spiel ich dir heldin aber wenn nicht versuch's mal hey komm nimm die last der welt von deinen schultern du verstehst nicht du weißt nicht warum ich das mache was denn einbrecher haben deine eltern getötet entführt von aliens an den zirkus verkauft egal was auch immer der grund ist die vergangenheit kann man nicht ändern vorbei ist vorbei lebe in der gegenwart hippie okay wie du willst renn dich weiter aber irgendwann bekommst du magengeschwüre ich denke mal du wirst wie immer etwas parat haben um mich von meinen problemen abzulenken jetzt wo du es sagst es gibt da tatsächlich etwas kennst du das lagerhaus an der west side beim konferenzzentrum da ist ein dickes ding am laufen mal sehen wer zuerst dort ist na schön monschein du bist dran und los was nochmal okay kein thema ja keine ahnung es soll ein wettrennen sein taxi sowieso nicht ganz ehrlich du warst mal schnell cat was ist passiert ich gebe dir nur den Vorsprung bei dir ne überhaupt nicht ich war als erstes da aha noch ein rauschender Sieg für black cat hä du würdest niemals damit angeben oder na gut machen wir weiter was ich check es nicht um was auch immer es geht scheint ein mordsgeschäft zu sein alles klar ihr alle wisst warum ihr hier seid macht eure gebote ich biete schläge auf den hinterkopf macht sie fertig oh ne oh ne wow 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 chill mal dein Leben chill mal dein Leben krass krass was geht bei dir denn ab alter ich sterbe gleich was wie Schaden machen die alter Schwede okay Junge die machen so viel Schaden ich kack ab was mit der Frau warum macht sie nix alter das ist so viel hast du überhaupt eine Auktionszutage ich schwöre sogar alter das ist Junge die drehen richtig durch guck mal die greifen so greift sogar ihren eigenen Freund an das ist so viel Schaden nächstes Mal bitte bei Ebay Junge chill boah ist das ist das arm oh ne Witz jetzt was wie hat der denn durch die Wand geschossen wie hat der denn durch die Wand geschossen Ey ganz ehrlich das ist unfair ich bin tot das ist mega unfair ganz ehrlich was solls das denn bitte wie unfair nochmal neu übelst unfair Leute übelst unfair das geht gar nicht was für Schweinehunde ich greife den anderen anderen Typen hier an wenn ich frei bin diesmal bist du verweilen ja ich kann immer wie kann man mir freuen dann Bruder was ist mit dir los hast du überhaupt eine Auktionszutage dann komm einfach mal nach uns nächstes Mal bitte bei Ebay boah was für ein Schweine Schweinehunde ehrlich seid kaum die Mühe wert der hat einfach zwei der hat zwei Uzzis ne Double Uzi nutzt der Spast ehrlich übelster Spast kein Wunderst wie viel Schaden die machen bei mir oh nein oh nein oh nein Kollege ich bin tot hat zu viel Schaden kostet jetzt so der ist down ich muss echt übels aufpassen Leute einmal hier rüber Junge wie kann man so asozial sein Junge ich tue ich die ganze Zeit ausweichen alter alter was Junge wie viel Schaden kann man so viel machen das gibt's nicht ist da oben auch noch Komm ey komm 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 Schöne Rüstung zumindest irgendwann mal also sorry aber das ist jetzt das ist wirklich viel Mühe wie soll ich die denn besiegen bitte greift sie auch mal an die greifen gar nicht an oh shit den Tod den Tod den Tod den Tod shit ey die sind übel stark Leute die sind übel stark komm schnell weg ich schwör's dir wir sind sowas von down ey wenn wir das nicht schaffen ich hole rum ich hole rum ehrlich ja wir haben einen down schickst du den auch noch komm komm nein oh mein Gott ich bin gestorben okay Leute ich werde das jetzt noch einmal machen und dann hoffe ich dass wir es packen weil das geht mir zu weit ich muss übelst konzentriert sein ich kriege einen Anfall ey ey das war so knapp das gibt es nicht Leute wir sind wieder so low und ich habe keine Ahnung ob wir es packen das wird ein Spaß ich werde die jetzt auch nicht angreifen weil die da so nah sind ich weiß nicht ob wir es packen Leute oh guck mal sie liegt einfach auf dem Boden what the fuck du hast einfach drauf nein abhauen das ist zu riskant das wird zu riskant Leute okay was macht der er hat nicht mehr viel ne er hat nicht mehr viel warte mal Leute ich gehe mal hier runter wow ey ich hätte nicht gedacht das so kompliziert ist so schwer sein könnte und drauf ja wir haben es geschafft was machst du denn wir hatten sie schon fast aber so rum war es lustiger das ist total unverantwortlich warum bist du so sauer wir haben gewonnen verzeihung dass ich dich aufmuntern wollte einmal alter Schwede was war denn das hat Kat recht? quäle ich mich nur selbst? muss ich Peter Parker wirklich für Spiderman aufgeben? was ist mit meinen Freunden? wie finden die das? ist ja nicht so dass sie mich oft sehen MJ Harry Tante May auf keinen Fall ich kann meine Freunde nicht aufgeben und jetzt gebe ich Spiderman auf? nein das geht nicht ich helfe so vielen Leuten ich kann Peter Parker nicht aufgeben aber Spiderman auch nicht vielleicht kann ich beide verbinden ich muss Black Cat finden ich muss mit ihr reden was es geht weiter liebe Freunde ich würde sagen das machen wir in der nächsten Episode wenn wir irgendwie Black Cat aufsuchen müssen weil überleben tue ich das auf gar keinen Fall bis zum nächsten Video wenn ich hier mit Low HP vielleicht rumrenne oder so keine Ahnung Family Coop wie mit in dem wie auch man und er ich ich as das ist ist ich Bis zum nächsten Mal.